Die dritte Mosaikscheibe finden. Es gibt nicht den geringsten Hinweis, wo sich die dritte Mosaikscheibe befindet. Aber da gibt es immer noch die verschlossene Tür. Ich frage mich, was sich wirklich dahinter befindet. Ja, aber die Mosaikscheibe wird doch unwahrscheinlich dahinter dieser verschlossenen Tür sein, weil die doch schon sehr lange verschlossen ist, oder? Ja, in Bates Zimmer gelangen. Warum das denn? Warum? Der arme Bates, lass den doch in Ruhe. Der soll sich doch jetzt ausruhen, Mensch, Aaron. Wenn jemand alle Geheimnisse dieses Schlosses kennt, dann Bates. Eine Durchsuchung seines Zimmers dürfte neue Erkenntnisse bringen. Nur momentan sieht es nicht aus, als würde er das Zimmer bald verlassen. Zumindest nicht lebend. Nee. Du willst doch jetzt nicht Bates umbringen, oder wie? Oder was? Außerdem hätten wir ja wohl mal früher, das hätten wir eben machen müssen, anstatt uns hier um das Fach zu kümmern. Mensch, du bist einer, Darren. Schlechte Planung. Hm. Also gehen wir mal nach oben. Aber, aber ich will nicht, dass Bates was Schlimmes passiert. Das fände ich nicht gut. Ich bin dagegen. Mr. Bates? Ja. Aha. Achso. Mir ist eine große, verschlossene Tür im Erdgeschoss aufgefallen. Davon würde ich mich fernhalten, Sir. Warum? Es hat vor Jahren in den Räumen darüber gebrannt. Die Schäden wurden nie richtig behoben. Regenwasser hat die Wände angegriffen und die Balken faulen seit über 20 Jahren vor sich hin. Ich befürchte, in diesem Flügel herrscht Lebensgefahr. Hm, ja, das ist plausibel. Lady Victoria. Ja, Sir? Sie erscheint mir etwas verbittert. Sie ist eine würdige alte Dame, die eine größere Last schultern muss, als ich ihr wünsche. Der Tod ihres Mannes und ihrer beiden Söhne? Die Morde? Der Verfall des Schlosses? Das Aussterben der Gordons? Sie sagen es, Sir. Oh, Bates ist ziemlich krank. Na, der braucht ja sogar hier zwei große Sauerstoffflaschen. Es ist nicht gut. Was können Sie mir über Lady Eleanor erzählen? Warum fragen Sie sie nicht selber, wenn Sie etwas wissen wollen? Ich hätte gern Ihre Meinung gehört. Was glauben Sie, warum sie Louise nach dem Tod ihres Mannes mit hierher gebracht hat? Was wollen Sie damit andeuten? Doch nicht etwa. Also, Sir, ich muss doch bitten. Lady Eleanor ist eine Lady. Entsprechend kümmert sie sich angemessen um ihre Bediensteten. Louise hätte keine neue Anstellung bekommen. Er ist schon zu alt. Wir bieten ihm hier eine Art Altersruhesitz. Aber glücklich scheinen weder Louise noch Lady Eleanor mit dieser Entscheidung zu sein. Man könnte meinen, Sie schulde ihm etwas. Davon wüsste ich. Und kann Ihnen sagen, dass dem nicht so ist. Hm. Ja, wer weiß. Geht es Ihnen nicht gut, Mr. Bates? Es geht schon. Es geht schon. Vielleicht sollten Sie sich hinlegen. Ich lege mich schlafen, wenn ich Zeit dazu habe. Die Arbeit macht sich nicht von allein. Sally könnte sie erledigen. Pah. Das wage ich stark zu bezweifeln. Warum hast du sie dann eingestellt? Was war das für ein Brand, der den verschlossenen Flügel zerstört hat? Eine schreckliche Tragödie, die wir hier zu viele erleiden mussten. Es ist jetzt 24 Jahre her. Master Samuel und seine bezaubernde Frau Catherine hatten geheiratet und waren gerade ins Schloss gezogen. Wir hofften, dass er eines Tages das Schloss von seinem Vater übernehmen und uns einen Stammhalter schenken würde. Doch dann, sie lebten noch kein halbes Jahr hier, kam es zu dem Brand. Weiß man, wie das Feuer ausgebrochen ist? Nein. Master Samuel verlor seine Frau bei dem Feuer und verschwand für die nächsten zwölf Jahre. Der Schlag hat ihn tief getroffen. Also, wie soll das denn, wie soll das denn in die Geschichte passen, wenn Darren jetzt wirklich Samuels Sohn wäre? Ich meine, im ersten Teil hat man nie irgendwas in dieser Richtung erfahren und oder gehört. Keine Andeutung, gar nichts. Ja, und wenn die Frau, also praktisch dann unsere Mutter, im Feuer gestorben ist vor vielen Jahren, wo waren wir? Dann, da müsste man ja noch sehr klein gewesen sein, oder? Aber dann finde ich es umso seltsamer, weil dann müsste doch eigentlich Samuel auch ein Bild von uns in dem Gästezimmer gehabt haben im ersten Teil. Aber er hatte ja nur ein Bild von der Frau gehabt. Und wie gesagt, er hat halt keine Kinder jemals erwähnt. Das ist doch irgendwie alles ein bisschen merkwürdig, oder? Sie halten nicht viel von Sally, oder? Ich halte nicht viel von ihrer Arbeit. Warum haben Sie sie dann eingestellt? Es war nicht meine Idee. Madame hat darauf bestanden, dass wir eine Entlastung einstellen. Anscheinend keine sonderlich gute Wahl. Es wird nicht lange dauern, dann hat sie genug und verschwindet wieder. Gab es beim Brand weitere Opfer? Verletzte vielleicht? Unsere damalige Köchin entdeckte den Brand als Erste und versuchte, die junge Miss Gordon aus den Flammen zu holen. Sie wurde von den Flammen eingeschlossen und wäre wohl selber verbrannt, hätte sie sich nicht mit einem Sprung aus dem Fenster gerettet. Sie verletzte sich dabei stark am Rücken und musste uns daraufhin verlassen. Warum interessiert es sie, was vor so vielen Jahren hier geschah? Ähm, naja, immerhin wurde die junge Frau am Leuchtturm auch verbrannt. Ich halte den Zusammenhang für weit hergeholt. Auch wieder, ne Bates? Kein Wort von irgendwelchen Kindern oder sonst irgendwas. Was war er für ein Mensch, dieser Samuel Gordon? Hm, sein Vater hat ihn früh auf ein Internat geschickt, weil er ein sehr störrisches, wildes Kind war. Im Internat besserte sich sein Verhalten. Die Lehrer beschrieben ihn als intelligenten, aufgeweckten und freundlichen Menschen. Und so erlebten wir ihn auch in den Ferien. Nach der Schule lernte er Miss Catherine kennen. Eine wunderschöne und herzensgute Frau. Sie heirateten und das Glück schien vollkommen. Schien? Nun, es gab Streit, als sie hier wohnten. War er gewalttätig? Ihr gegenüber? Ich, ich weiß es nicht, aber ich befürchte schon. Miss Catherine war unglücklich und hätte es nicht immer wieder auch wunderbare Momente gegeben, hätte sie ihn vielleicht verlassen. Damals hätte es uns schon auffallen können. Die zwei Gesichter des Samuel Gordon. Mal der liebende und fürsorgliche Ehemann, mal der arrogante und gewalttätige Egomaner. Nach dem Tod seiner Frau schien diese böse Seite verschwunden zu sein. Er besuchte uns nicht, aber gemeinsame Bekannte schilderten ihn als tief traurig und gebrochen. Bis er zurückkehrte und unschuldige Menschen abschlachtet. Es ist schrecklich. Wir machen uns alle Vorwürfe. Vielleicht wollten wir nicht wahrhaben, dass die böse Seite seiner Seele zurückgekehrt war. Bis später, Bates. Auf Wiedersehen, Sir. Na ja, das ist auch wieder so eine Sache, weil eigentlich hatten die ja keinen Kontakt. Das hatten sie zumindest im ersten Teil gesagt. Ja, jetzt könnte man das doch eigentlich mal mit dem Bad versuchen, oder? Das sollte für Ablenkung sorgen. Ja, aber wir müssen ja ins Zimmer von Bates. So, und jetzt sagen wir mal Bates Bescheid. Mr. Bates, das Badezimmer steht unter Wasser. Wie bitte? Ich bin eben am Badezimmer vorbeigegangen und da lief das Wasser schon auf den Flur. Holen Sie bitte Sally, Sir. Ja. Wenn Sally nicht bald im Bad antanzt, wird Bates sie selber holen und mich hier entdecken. Okay. Ich sollte ihr wohl lieber selbst Bescheid geben. Ja, dann machen wir das. Sally, es gibt ein Problem im Bad. Guten Tag, Sally. Hi. Sally, schnell! Das Badezimmer steht unter Wasser. Was? Bates ist stinksauer. Sie müssen vergessen haben, das Wasser abzudrehen. Was? Ich? Nein! Nein! Oh, und jetzt bret das Essen hier an. Er ist schon ein bisschen arschig von Darren, ne? Aber auf der anderen Seite ist Sally will ja sowieso weg. Also... Aber ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte. Hör doch auf zu lauschen, wir müssen in das Zimmer. Ich habe genug von den Ausreden. Da ist auch noch was. Aber ich habe noch nie den Lappen in der Wanne gelassen. Davon wird die Lady erfahren. Sie können froh sein, wenn wir ihm die Schäden nicht vom Gehalt abziehen. Die beiden sind beschäftigt. Ja. Bates ist abgelenkt. Ja. Also los! So. Keine Ahnung, wer das ist. Steht kein Name dran. Einer von den üblichen Verdächtigen ist es nicht. Kein Shakespeare. Kein alter Grieche. Boah, ich dachte schon, weißt du, so mein erster Gedanke war jetzt so... Oh, was werden wir jetzt für Informationen und Geheimnisse erfahren und... Was liest du jetzt denn so? Heinlein, Dick, Lem, Celasny? Meine Güte, der Mann hat ja richtig Geschmack. Da sind Anziehsachen und Unterwäsche drin. Nicht weiter interessant. Hm. Die Flaschen dürften reinen Sauerstoff beinhalten. Naja, was auch sonst. Kranken Menschen wird damit das Atmen erheblich erleichtert. Das Porträt eines ziemlich verkniffend reinblickenden Gentlemans. So sieht man aus, wenn man stundenlang für einen Maler stillsitzen muss. Bates muss es sehr schlecht tun. Als er vorhin hier so saß, habe ich einen Sterbenden gesehen. Jetzt hör auf, Darren. Lass Bates in Ruhe. Hm. Die Schublade ist verschlossen. Das könnte interessant sein. Hm. Ach nee, das haben wir ja nicht mehr. Aber vielleicht mit dem Messer? Das Holz ist zu stabil. Mann. Das Messer würde verbiegen oder abbrechen. Hm. Mit dem Hammer an die Truhe hier kaputt schlagen. Oh Mann. Der Butler ist ein ordentlicher Mensch, wie es nicht anders zu erwarten war. Ja. Ich kann nichts Interessantes entdecken. Hm. Bates wird keine wichtigen Dokumente einfach auf seinem Schreibtisch herumtragen. Liegen lassen. Nee, aber... Bettpfosten. Dieser Bettpfosten sieht mehr als seltsam aus. An der Seite des Pfostens ist ein Riss. Was haben wir denn da? Da steckt ein kleiner Messingschlüssel drin. Ah. Okay. Okay. Vielen Dank.